Hallo, hallo, hier ist euer Schnattchen von Nice. So, nachdem wir unseren Max jetzt dann reingeholt haben, damit er nicht überfahren wird und nicht ertrinkt und den Winter überlebt, hat er ausgetrunken und sein Fressen hat er auch schon alle. Werden wir jetzt auffüllen, weil der über Nacht wieder arbeiten muss, damit wenn er aufhaut, damit er gleich was zu trinken hat oder was zu fressen hat. Und dann gucken wir uns heute Abend nochmal an. Der kleine Scheißer, der fühlt sich wohl. Der hat sich echt in den Sägespänen genauso erhästet. Eine mummelt. Dann kriegt er noch ein bisschen heuren und dann passt das. So, jetzt wollen wir mal weiter schlafen lassen. Tschüss.